Der Ursprung war die Kritik ein Stück weit an dieser Strategie, dass es ein sehr schwer zugänglicher Text ist. Das ist auch eine gewisse Absicht, eine Irritation auszulösen, einen Text zu produzieren, der Fragen aufwirft, wo man daran arbeiten muss. Gleichzeitig haben wir gesagt, wir nehmen die Kritik auch auf und versuchen den visuellen Zugang zu unserer Strategie zu schaffen. Das war das eine Demotiv. Das andere war, dass wir unsere Studierenden, um die es letztlich geht, einbeziehen. Die Architekturstudierenden waren prädestiniert, aus einem Text eine visuelle, lesbare Form zu machen. Es ist wie beim Seefahren. Wir haben drei strategische Ziele. Beim Seefahren hat man vier Himmelsrichtungen, aber man orientiert sich auch an Landmarken, an Wegmarken, an Leuchttürme. Das sind topografische Wahrzeichen. Und diese Installation, das sind ein bisschen wie diese topografischen Wahrzeichen, diese Landmarken für unsere Strategie, für unsere drei Himmelsrichtungen. Nämlich kompetenzorientiert und wissensbasiert, das europäisch und transformativ. Wir sind eigentlich relativ schnell auf die Idee gekommen, dass der Doppelbegriff vereint sein müsste in einem räumlichen Objekt. Und es gibt andere Beispiele. Wir haben uns darauf gebracht, dass wir im Relief von der einen Seite lesbaren Begriff und von der anderen Seite lesbar den anderen Begriff machen können. Was wir hier zusätzlich gemacht haben, ist jetzt quasi auch eine Illuminierung. Also wir haben von der einen Seite dunkle Flächen, von der anderen Seite helle Flächen und drinnen und umgekehrt natürlich im Kontrast, das sind Buchstaben heil und dunkel. Das hilft am Besucher, wenn er kommt, nachher ein bisschen zuzuordnen. Weil wenn er kommt, sieht er beide Seiten, weil es über die Ecke ist. Und wenn er das Rätsel lösen will, das er in einem fängt, wenn er da kommt, muss er sich bewegen. Und wenn er sich bewegt, fängt er an zu merken, aha, von der einen Seite gibt es diesen Begriff, eben wissensbasiert, und wenn ich da übergegangen, dann gibt es den anderen kompetenzorientiert. Ja, es war ein langer und komplizierter Prozess, wir haben sehr viele Ansatzpunkte gesucht, sehr viele auch umexperimentiert mit verschiedenen Materialien, Darstellungsweisen. Was bei uns einfach von Anfang an klar war, ist, dass wir über einen Lichtkegel und Objekte der Lichtkegel streifen wollten, oder respektive blockieren, einen Schatten erzeugen und einen Wirkungen erzeugen in diesem Raum. Das Aufhänge per se hat ewig lang gedauert, wir waren insgesamt 5, 6, 7 Stunden dort, wir haben vier Jahre angefangen, es waren um halb zwölf, vier fertig, also es ist ewig lang gegangen, und wir haben von hinten am Ort angefangen und dann peu a peu für jeden Buchstaben die optimale Ausrichtung gesucht. Und wir haben auch dort dann erst die Typografie richtig bestimmen können, das heisst, wir haben dann herum probiert, dann haben wir wieder korrigiert und dann haben wir wieder herum probiert. Ja, das ist eine anstrengende Arbeit gewesen. Ja, dort ist die Wahl eigentlich auf das Tony Areal gefallen, weil das Tony Areal ist ein Konglomerat von verschiedenen Nutzungen. Es hat zwei verschiedene Schulen, ein Drittel ist ZHW, zwei Drittel ist ZHDK. Es hat ein Museum, es hat auch Wohnungen drin, also es ist wie im Vielvölkerstaat in einer Hülle. Und wir haben gefunden, der Begriff Europäisch ist eigentlich passend für an diesem Ort. Und dort ist es in einem Kaskadentreppenhaus, das ist recht breit und gross. Es hat auch Arbeitsplattformen, wo die Stegen durchgehen. Und auf so einer Plattform haben wir dann den Begriff Europäisch gesetzt mit überdimensionierten Stecknadeln. Das sind lange Stahlstifte mit Holzkugelsparz, wo man wie eine Outlineschrift gesetzt hat, die Europäisch schreibt, auf die ganz grosse Wand. Und die Meinung ist jetzt, und das haben wir jetzt heute bei der Eröffnung gemacht, dass wir Wullach neu verteilt haben und was man jetzt kann, zwischen diesen Stiften oder Buchstaben kann Beziehungen knüpfen. Die Installation Europäisch im Tony Areal ist besonders gelungen, weil sie verkörpert die Idee, dass man den Weg, um die Strategie zu realisieren, dass man diesen Weg erfinden muss. Diese Installation lebt nur von den Zuschauern, die sie selber diese Installation weiterentwickeln müssen. Also wir sind ja eigentlich gut auf das eingerichtet, dass man ein Projekt macht, Visualisierungen macht, Entwürfe macht. Aber wir sind schlecht auf das eingerichtet, dass man umschlose Umsetzungen macht. Und die Studenten sind eigentlich schlecht auf das anzusprechen gewesen, dass es plötzlich eben die Phase der Umsetzung gibt. Und eigentlich ist für mich, also wo ja viel mit Studenten im Zusammenhang mit anderen Projekten in der Wirtschaft, dass sie die positivste Erfahrungen waren. Dass sie am Anfang abgeneigt sind, das zu umsetzen. Und je länger die Umsetzung gegangen ist, um so überzeugter sie waren, dass das eben toll ist, dass man es auch selber umsetzen kann. Fantastisch. Das hat wirklich meine Erwartungen übertroffen. An allen drei Standorten, die Installationen, haben eine Dimension oder sprich die Ebene an, die mir ganz wichtig ist, nämlich die Bewegung. Unsere Strategie will eine Bewegung initiieren und nicht einfach ein Programm sein. Und das zeigen alle Installationen. Sie zeigen, für gebildet zu werden, um sich zu bilden, muss man Fragen stellen, muss man reflektieren und man muss den Standpunkt verändern können. Was ich mir wünsche, ist, dass man nicht aufhört mit den drei Installationen, sondern dass es weitere Realisierungen gibt von Studierenden, mit Studierenden, um unsere Strategie zu verkörpern.